Ist dieses Handtuch aus Baumwolle? Ist dieses Handtuch aus Baumwolle? Wissen Sie, wie breit die Handtücher sind? Bist du dir sicher, dass das riesige Badetuch zu klein ist? Das große Badetuch ist für meinen Hund. Ist Hund. Wie breit ist dieses Badetuch? Wissen Sie, warum diese Handtücher so billig sind? Dieser Teppich aus Baumwolle ist perfekt. Ich suche einen Teppich aus Baumwolle. Der Teppich ist echt klein, darum ist er billiger. Bist du dir sicher, dass diese Maske versammelt. Da ist der Teppich aus Baumwolle. Wissen Sie, warum diese Badetücher aus Leder sind? Könnten Sie mir sagen, wie groß die Handtücher sind? Wie breit dieses Breite Breite Der Teppich ist echt klein, darum Der Teppich ist aus Türkei und Darum Und Türkei der Türkei Und darum ist er teuer Wie breit ist dieses Badetuch? Der Teppich ist echt klein, darum ist er billiger Der Teppich ist echt klein, darum ist er Wie breit ist das Badetuch? Der Teppich ist echt klein, darum ist er Wie breit ist das Badetuch? Der Teppich ist echt klein, darum ist er Wie breit ist das Badetuch? Wie breit ist das Badetuch? Vielen Dank.